Okay, hier ein kleines Follow-up. Ich habe jetzt hier eine kleine Platine gelötet, diese dort. Ich habe mir jetzt nicht die große Mühe gemacht, das zu ätzen. Ich habe das einfach hier auf so eine Lochaster-Platine gemacht. Und zwar handelt es sich hierbei um das Modul, was unten an der Fußleiste quasi zu der Beleuchtung kommt, also zu den Strips. Das ist hier das kurze Stück. Sieht man ja hier wieder mit den getrennten LEDs. Da habe ich meine Vago-Stecker wiederverwendet, die in der ersten Revision von meiner Platine verwendet wurden. Die habe ich einfach ausgelötet und dann hier angelötet. Hier sind die kleinen Power-Transistoren. Das sind wieder die, die ich damals in dem PCB von A bis Z in der Bauteilrecherche gesucht habe. Weil die funktionieren wirklich gut, die werden überhaupt nicht warm. Und ja, die sind einfach perfekt geeignet für diese LED-Geschichte. Hier habe ich dann einfach mit Silberdraht das Ganze mit Drain hier verbunden. Das Source ist hier oben mit diesen Kabelbrücken angeschlossen an die Spannungsversorgung. Das heißt, hier kommt das Spannungskabel. Das ist so ähnlich wie das hier. Das ist eigentlich sogar das Gleiche. Das kommt von oben von dem Controller. Sieht man ja hier. Ich habe jetzt hier diesen sechspoligen Stecker. Da kommt dann die Spannung her und da sind die Signalleitungen im Moment einfach hier so zweiartige. Das sind auch wieder diese billigen Boxenkabel. Aber in der Küche habe ich natürlich, das sieht man jetzt hier nicht, aber das sind geschirmte. Also ein geschirmtes Kabel mit vier Litzen. Also einmal für Ground und RGB. Die kommen dann hier an diese orangene. Und sind hier unten dann über diese schönen farbigen Leitungen direkt hier mit Gate verbunden. Und Gate wiederum ist hier mit, ich glaube 10K habe ich da angenommen. 10K-Widerständen auch wieder mit Ground kurzgeschlossen. Also eine relativ einfache Schaltung. Soll ja quasi nur die schwachen Signale hier verstärken sozusagen oder eben schalten auf den RGB-Strip. Ich musste an dem Hauptboard hier noch eine kleine Reparatur machen. Und zwar als ich das umgemappt habe hier auf diesen Signalausgang da eben, habe ich ja quasi denselben Timer und dieselben Settings verwendet, wie eben vorher hier in der Mitte. Also hier. Nur eben halt umgemappt, dass quasi die Pinouts dann hier drauf gelegt werden. Und hier musste ich erstmal die PNP-Transistoren auslöten. Ich weiß nicht, das hat irgendwie nicht funktioniert. Ich habe später herausgefunden, da waren die leider schon ausgelötet, dass ich versehentlich die falschen Pins konfiguriert habe. Ich habe mir jetzt aber gedacht, komm, egal, jetzt sind sie draußen. Wenn es nicht funktioniert, kann ich sie ja wieder einlöten, aber ich werde es erstmal ausprobieren. Zum anderen habe ich hier ein bisschen, das kann ich jetzt vielleicht, wenn man Glück hat, ganz schwach erkennen, da ist so ein Drahtquer durchgelegt. Also das ist Fädeldraht, weil der rote Kanal hat nicht funktioniert. Und das Blöde ist, dass die, ja ich sag mal, die Leiterbahn scheint irgendwo durchtrennt zu sein. Und das ist halt blöderweise genau unter diesem Board, wo der STM32 draufhängt. Das heißt, ich kann da nichts reparieren. Das heißt, ich musste das von hier unten einfach patchen. Aber das funktioniert. Eine kleine Baustelle habe ich jetzt noch, und zwar den EEPROM hier unten. Den wollte ich eigentlich auch noch initialisiert kriegen. Ich habe nicht wirklich einen sinnvollen Einsatz dafür. Ich habe den eigentlich nur deswegen drauf gelötet, zum einen, um auszuprobieren, wie diese I²C-Geschichte funktioniert. Ich hatte schon öfters mal vor, einen EEPROM über die Schnittstelle anzusteuern, bin aber bisher noch nicht dazu gekommen. Und das wollte ich jetzt damit eben machen. Zum anderen ist das ein Chip von Maxim Integrated. Der enthält eine Unique ID, die ich eigentlich benutzen wollte, um die Ethernet-Schnittstelle von meinem anderen RGB-Controller zum Laufen zu bringen. Weil da war standardmäßig keine drin gespeichert, und man braucht eine, weil man sonst halt keine Netzwerkverbindung aufbauen kann. Das hat leider nicht ganz funktioniert, ist auch eine ganz andere Geschichte. Jedenfalls wollte ich hier die ID rauslesen. Und ich habe mir jetzt überlegt, damit das Ding doch noch irgendwie einen Einsatzzweck hat, werde ich da Settings speichern. Und zwar diese Übergangszeiten und die Fade-Geschwindigkeit, sag ich mal. Also jetzt wie hier zum Beispiel ist es ja so eingestellt, dass alle 10 Sekunden sich die Farbe ändert. Das zum Beispiel will ich so ändern, dass ich das zum Beispiel alle 5 Sekunden haben will, oder vielleicht auch jede Minute, oder sogar noch länger. Und zum Zweiten eben dieser Übergangseffekt, der ist jetzt auch relativ schnell. Den kann man auch einstellen, dass der halt um einiges langsamer geht. Solche Sachen wollte ich dann halt in dem EEPROM speichern. Das heißt, wenn ich dann irgendwann mal ein Reset mache, soll die Einstellung quasi beibehalten werden, wenn man das halt dann wieder einschaltet. Also so wie ich es zuletzt halt hinterlassen habe. Ich kann die Einstellung halt über Bluetooth verändern. Da habe ich auch schon Änderungen am Code gemacht. Die kann ich auch noch bei nächster Gelegenheit demonstrieren. Ja, das war jetzt nur so eine Klangigkeit nebenbei. Ja, das Ding werde ich jetzt auf jeden Fall gleich in der Küche verbauen. Und ja, ich denke mal, dann bin ich auch bald so weit, dass ich alles dann miteinander verbinden kann. So, meine Antennenstecker sind endlich mal angekommen. So sehen die aus. So, SMD. Bisschen Fokus vielleicht. Sekunde. So. Das sind diese UFL-Stecker. Also so sehen die vorne aus, wo halt nachher der Stecker dran kommt. Und das sind die Lötstellen. Die kommen dann da unten an die Stelle, wo halt diese Lötpads sind. Dazu muss man, ich versuche mal das irgendwie näher ranzubringen, naja, geht nicht so wirklich. Da ist ein ganz kleiner Widerstand, das kann ich gleich nochmal zeigen, äh, kein Widerstand, sondern ein Kondensator, der quasi die Brücke bildet zwischen dem Controller und im Moment der Chip-Antenne. Und wenn man diesen externen Stecker benutzen will, dann muss man das Ding quasi einmal um 90 Grad drehen, um halt dann die Verbindung zur Chip-Antenne zu trennen und mit dem Antennenstecker zu verbinden. Ganz einfache Lösung. Was ich jetzt kurz noch demonstrieren wollte, dazu drehe ich das Ding jetzt mal wieder so, ist, ähm, wie das Ganze sich jetzt halt aktuell verhält mit Chip-Antennen. Also das hier ist der Sender, der mit meinem PC verbunden ist. Ihr seht ja dann nebenbei wieder mein Programm. Und das ist, äh, der Empfänger quasi, der halt die Daten dann empfängt. Und hier sehen wir den LED-Strip, das ist jetzt nur noch so ein Stück. So, weil ich habe den Rest ja schon fest installiert. So, ich drehe das doch nochmal ein bisschen rüber. Was ihr hier jetzt noch übrigens sehen könnt, ist, äh, das Netzteil. Ich weiß nicht, ob ich es schon gezeigt habe. Das ist das 100 Watt, äh, 12 Volt Netzteil, Industrienetzteil, das nachher auf dem, äh, auf den Kühlschrank kommt quasi und die LED-Strips versorgt. Allerdings momentan noch nicht wirklich gut geeignet, weil zum einen im Stand-by, also wenn wirklich wenig Strom verbraucht wird, das Ding ziemlich nervig pfeift. Und zum anderen, ähm, einen ziemlich hohen Verbrauch hat von 6,6 Watt ungefähr. Deswegen habe ich ja, zumindest habe ich es geschrieben, äh, auf meiner Homepage, äh, jetzt sage ich es auch nochmal, wollte ich, äh, zusätzlich eine Spannungsversorgung holen. Dazu nehme ich erstmal eins von diesen günstigen Steckernetzteilen hier mit 5 Volt. Es gibt aber auch so Print, äh, AC-DC-Wandler, die auch sehr extrem wenig Strom verbrauchen. Und die sollen halt wirklich dann nur die Controller versorgen und sobald man eine Lampe anschalten möchte, geht halt ein Relais an. Und dazu habe ich mir überlegt, ich hole mir so ein Steckernetzteil, äh, nicht Steckernetzteil, also ein Steckergehäuse kennt man ja, sowas wie das hier im Prinzip. Das kann man so als Leergehäuse kaufen, wo halt auf der einen Seite der Stecker ist und auf der anderen Seite eine Steckdose. Da reinkommt dann das Relais und man hat dann wirklich nur noch eine Datenleitung, sag ich mal, die halt dann hier mit diesem Expansion-Port verbunden wird. Und das Relais schaltet sich dann, wie gesagt, eben ein, sobald ich eine von den Lampen einschalten möchte. Dann geht das Netzteil an und dann gibt es 12 Volt volle Power. Soweit zumindest in der Theorie. Das ist auch in der Software soweit schon implementiert. Äh, eine andere Sache, die jetzt noch neu ist, die ich auch schon geschrieben habe, ist, man sieht jetzt hier diese rote LED. Die ist ein Indikator dafür, dass der Mikrocontroller sich momentan im sogenannten Stopp-Modus befindet. Und zwar, ähm, sind da sämtliche Clocks quasi ausgeschaltet. Das heißt, der taktet nicht mehr. Und dadurch verbraucht der so gut wie keinen Strom mehr. Also, ich habe es gemessen mit meinem Wattmeter, habe ich dann ungefähr 300 mW weniger Verbrauch, wenn der in diesem Standmodus ist. Und sobald ich eben hier hingehe, jetzt mal nur beispielhaft, und ich möchte eine LED anschalten, wie das jetzt hier der Fall ist, dann sieht man, dass das hier blinkt. Das heißt, der ist jetzt wieder aktiv. Jetzt kann man blöderweise die, äh, Beleuchtung nicht sehen. Das heißt, ich werde gleich einfach mal die Lampe hier ausmachen, und dann kann man das wieder sehen. Naja, so einigermaßen. Ich versuche das mal irgendwie ein bisschen zu drehen. Vielleicht ist das dann irgendwie ein bisschen besser zu sehen. Ähm, genau. Und wenn ich das ausschalte, dann muss dann 30 Sekunden warten, und dann wird das wieder rot. Aber ich möchte jetzt hier nicht lange um den heißen Brei reden. Ich würde jetzt sagen, wir werden jetzt, äh, anfangen, oder ich werde anfangen, ähm, das Programm zu starten. Dann sehen wir halt, wie sich hier die Lampen verändern, die jetzt komischerweise immer noch leuchten. Gut. Warum auch immer. Ich resette einfach nochmal. Entschuldigung. Ähm, genau. Und dann werde ich, äh, den Stecker anlöten, die Antenne anbringen, und dann vergleichen wir das Ganze nochmal. So, also, ich starte das Programm jetzt mal. Und zwar auf COM7. Wie gehabt. Verbindung aufbauen. Oh, und schon ist es weg. Warum? Keine Ahnung. Das hat ja jetzt mal gar nicht funktioniert. Wahrscheinlich, äh, wird die Verbindung gleich wieder unterbrochen. Das passiert manchmal. Ich hoffe, das klappt jetzt nochmal. Okay. Da haben wir es. Jetzt gehe ich hier wieder auf Farbe wählen, weil im Moment ist nur dieser Strip angeschlossen. Und jetzt können wir ja hier wieder sehen, dass das halt wirklich echtzeitmäßig, äh, seine Farbe ändert. Ich nehme jetzt mal in der anderen Hand den, ähm, den Empfänger, den Sender, und bewege den hier mal so ein bisschen. Und jetzt sehen wir halt hier, das läuft immer noch alles in Echtzeit. Ich gehe jetzt mal ein bisschen weiter weg. Das funktioniert immer noch sehr gut. Und jetzt sieht man schon, dass es deutlich abgehackter ist. Ich gehe wieder näher ran. Geht's wieder schnell. Okay, jetzt geht's gar nicht mehr. Das heißt, der hat jetzt die Verbindung scheinbar wieder verloren. Ähm, genau. Dann versuche ich das jetzt nochmal zu starten. So. Verbinden. Meine Güte, was ist denn hier los? Jetzt ist das Programm wieder ganz abgestürzt. Ist noch nicht perfekt. Das muss ich leider zugeben. Mal kurz die USB-Verbindung trennen. So. Okay. Jetzt kann's wieder losgehen. Jetzt gehe ich mal richtig weit weg. Ja. Also hier scheint, es scheint ein bisschen auch von der Ausrichtung abzuhängen. Wenn ich das jetzt hier habe zum Beispiel, dann geht das eigentlich ganz gut. Aber wenn ich jetzt wieder ein bisschen weiter weg gehe. Oha, das sieht man jetzt hier nicht. Moment. Sieht man das? Also ich bin jetzt ungefähr hier. Ja, jetzt ist schon wieder die Verbindung scheinbar weg. Das funktioniert schon wieder nicht. Ja. Ähm, gut. So sieht das halt jetzt aus. Und jetzt versuche ich das Ganze mal mit den Antennen. Ähm, okay. Die Antenne ist jetzt angebracht. Ich werde davon jetzt mal eine kleine Nahaufnahme machen. Entschuldigung, wird's etwas verwackelt. So, hier haben wir jetzt unser Funkmodul. Und man kann jetzt sehen, dass ich da halt diesen Stecker angelötet habe. Beziehungsweise man kann eigentlich jetzt noch den Stecker von der Antenne sehen. Aber glaubt's mir einfach, ich hab's da angebracht. Und da unten, das sieht ein bisschen unordentlich aus. Ich muss auch sagen, ich darf nie wieder die Aussage benutzen, irgendwas mal eben zu machen. Denn das war extrem aufwendig. Weil dieser Kondensator, den man da umlöten muss, der ist ultra winzig klein. Und eigentlich ist es fast unmöglich, das Ding ohne Lupe festzulöten. Vor allem muss man da auch so ein bisschen auf die Temperatur achten und so weiter. Ich musste auch aus dem Keller noch ein anderes Funkmodul holen, weil mir einer von den Kondensatoren runtergefallen ist. Und es ist absolut unmöglich, den wiederzufinden. Von denen hier hab ich ja zum Glück sechs Stück damals bestellt. Und ich werde rausfinden, was das für einer ist und den bei der nächsten Reicheltbestellung dann mit dabei tun. Und dann funktioniert das Modul hier auch wieder. Ja, ich hab jetzt hier dieses Kabel dann, was halt quasi ein Adapter ist für diesen Schraubanschluss hier. Der nennt sich ja dann, ich glaub PSMA war das. Und hier hängt dann diese D-Log-Antenne dran. Und das gleiche hab ich dann auch noch mal auf der anderen Seite gemacht. Hier bei meinem USB-Adapter. Das kann man dann hier auch wieder sehen. Hoffe ich jedenfalls. Hier sieht man das vielleicht auch ein bisschen mit dem Kondensator. Ist jetzt nicht die perfekte Lötarbeit, aber es funktioniert. Hier ist dann auch wieder der Stecker dran. Und hier eben entsprechend auch wieder die Antenne. Und das Ganze hab ich mir jetzt einfach auf den Rechner draufgestellt. Und ich war sehr positiv, also erfreut, überrascht, dass das Ganze tatsächlich funktioniert hat. Die Reichweite hat sich enorm erhöht. Ihr könnt euch ja an gerade noch erinnern, wo ich das Ding hier drüber gehalten hab. Und ich hab's ein paar Zentimeter quasi nur weggehalten. Und schon ging das nicht mehr. Und jetzt hab ich hier eine Reichweite. Ich kann's euch, also was ich euch jetzt demonstriere, ist, dass hier nach wie vor der Empfänger eben liegt mit der Antenne. Die ist jetzt auch nicht großartig ausgerichtet. Hoppala. Und hier drüben, da oben, ja, hier, da ist quasi das Funkmodul. Das ist jetzt von der Distanz her ungefähr anderthalb Meter. Und das funktioniert perfekt. Ich kann das jetzt auch nochmal zeigen. Ich hab hier wieder mein Programm. Und die Maus reagiert nicht. So, jetzt starten. Achso, Moment. Ich muss das Ding natürlich erst noch einstecken. Das kann ich jetzt direkt hier am PC machen. So. Also, starten. Komm, sieben. Scannen. Erfindet das Ding sofort. Ich kann die Verbindung aufbauen. Man sieht auch hier, das geht schon super schnell los. Ich weiß jetzt allerdings nicht, warum der auf einmal so viel Daten zurückschickt. Aber gut. Gucken wir erst mal, ob hier... Ah ja. Ich glaub, da gibt's ein Problem. Ich mach hier mal ein Reset. Das hat nicht ganz funktioniert, wie ich es erwartet hatte. Kein Problem, das machen wir nochmal. Ich hab auch schon rausgefunden, dass beim ersten Start, da scheint irgendwas mit dem Controller nicht ganz zu stimmen. Das muss ich dann nochmal überprüfen. So. Jetzt nochmal. Verbindung aufbauen. Meine Güte, was ist denn da los? Ähm. Naja, gut. Das funktioniert auf jeden Fall schon mal. Ihr könnt jetzt hier sehen, dass ich halt jetzt auch wieder live die Farben verändern kann. Ja, hier dunkel, hell. Hier das Ganze auch in weiß. Also, das funktioniert erst rein auf diese Distanz. Und ich hab's jetzt auch schon getestet. Ich hab's, ähm... So geht das nicht mehr. Faszinierend. Ähm. Ich hab's jetzt auch getestet, indem ich... Entschuldigung. Indem ich den Controller hier in die Küche gebracht hab. Also oben auf den Kühlschrank, wo er halt auch nachher ist. Die Antenne hab ich dann aufrecht hingestellt. Ähm, der Empfänger, wie er jetzt auch da auf dem PC ist. Das ist eine Distanz von ungefähr 9 Metern. Und selbst auf die Distanz funktioniert's einwandfrei. Also, eine enorme Steigerung zu vorher, wo halt wirklich nur die Chip-Antennen waren. Und deswegen bin ich mit dem Ziel auch echt zufrieden. Ansonsten hab ich jetzt noch eine kleine Ankündigung. Ich hab schon angefangen, das neue Design zu machen, von der Revision 4. Das ist dann auch die finale Revision, die ich dann auch veröffentlichen werde. Und unter Open Hardware sozusagen, dass ihr das dann nachbasteln könnt. Ähm... Ich werde einen anderen Prozessor verwenden. Und ich werde auch andere Transistoren verwenden. Das sag ich schon mal im Voraus. Ich hab da nämlich noch viel coolere Sachen rausgefunden, die im Endeffekt dann auch natürlich günstiger sind, als hier so ein fetter, ähm, äh, F-103. Und, äh, das werde ich dann aber in einem anderen Video nochmal genauer erzählen. Das war jetzt einfach nur mal die Demonstration halt, äh, zu dieser Antennengeschichte, die jetzt endlich fertiggestellt ist. Vielen Dank fürs Anschauen. Euer Nicktronic. Vielen Dank.